Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. 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 Was ist das? Nein! Verdammt! Geh zurück und heil mich, du Vollidiot! Wieso? Wieso hab ich's mit einem Vollidiot zu tun? Warum werd ich so bestraft? Come and heal me, you idiot! Oh, Alter, mit so einer Blödheit zu bestraft zu sein, ey, das ist zu... Oh, nee, ey, das tut schon weh! Das tut schon weh! Eh, macht den Bossfahrer, er ist allein tot, er hat nur die da unten abgelenkt. Nur die großen hat abgelenkt, mehr hat er nicht gemacht. Der ist gut als Ablenker, aber auch nicht. Äh, du musst da in Deckung gehen und mich heilen. Warum steht er da so offen, dieser Idiot? Ey, der will sterben! Er bettelt darum! Nee, 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 ich geh zurück. Wah, ich geh zurück. Ich geh zurück, aber wie ist der Kerl? Wir können nochmal... Ah, mein Liebett. Äh, ich will leben. Ich war doch oben, du Arsch! Du blödes Stück Scheiße, du! Ey, das ist doch echt nicht normal. Das ist keine Normalität mehr. Also, das war pure Verarschung. Ich bin oben, klum, bin wieder unten. Das ist doch eine pure Verarschung hier. Das ist nicht mehr normal. Heile mich, du Honk! Alter, schweiß wir mal da oben, knall ich von da oben ab. Alter, das kann ja nicht mehr wahr sein. Ich bin da oben und falle in der Runde. Oh Mann. Erledigt die Mistkerle! Wir müssen besser schielen! Komm raus und kämpfe! Bestie, Herr. Schwyke, Herr. Welche recib lectures? Bestie, Herr! Oh, sage, Herr. Merde, Herr. Ugh, Herr. Jetzt kommt noch neuer keyboardist! Oh Herr, hex! Der Management der IG! Das war's für heute. Okay, ready? Okay. Jetzt wollte er mich retten. Das ist ein Witz für mich. Jetzt muss er mich halten. Heil mich du, Hornoxe. Ich liege neben dir. Er ist strunzdämlich. Er ist so strunzdämlich, dass es so weh tut. Also, was ich gleich mal als erstes mache, ich gucke erst mal nach, was der... Hat das Spiel überhaupt schon mal gespielt? Ich muss jetzt unbedingt nachgucken. Wenn nicht, dann schlecht. Oh, ein blutiger Anfänger. Deswegen ist er so schlecht. Verstehe. Der hat eine grüne Scheiße liegen lassen. Ja, genau. Ja, genau. Der ist ja schon da, wer so schlecht wie der ist. Der hat noch nie mal gemerkt, dass er keinen Schaden auf den Boss machen kann von da aus. Und dass der Boss ihn da aus und nicht greifen kann da hat, das hat er bestimmt gemerkt. Ja, genau. Wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Diese Ausständischen sind Gottverdammte Tiere. Lausack, sie hat es Ihnen hochgeladen.